Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis Mittelland. Wir werden erstmal anschmeißen den Stuhl. So klapp mal aus. So fangen wir hier so an. Schalten wir ein und senken ab. So ist gar nicht so einfach hier mit dem Schwaure hier rum schnitzen eh hier rum. Wir müssen ja eine schwarz legen damit man hier das unten nicht zu Beilen pressen können. So jetzt kommt die Kurve die es bisschen haarig hat. Die geht immer nach oben dann wird die bisschen komplizierter dann oben neben dem Bunhaus. Vielen Dank. So. 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 Ojo mio. Wow. So. 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 Die Müsse baue ich beim Frauen So, da muss ich wieder rumkommen Das ist gar nichts rum hier So, das sind bestimmt Kollisionen, jetzt muss man mal sacht vorbei kommen, geht. So, das letzte Feld, das wir haben, das wird wohl noch geschwadert. So, wir haben jetzt noch mehr. 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 So, jetzt haben wir hier ein bisschen. Mal gucken, ob wir rumkommen. So gut war es bis jetzt. So, wir haben jetzt noch mehr. So, wir haben jetzt noch mehr. Mal schauen, ob ich noch ein bisschen Mist geformt habe. So, jetzt fahren wir jetzt bloß ein Streifen hier runter. So. So, jetzt ein Stück zurück wieder. So. 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 So, jetzt müsste es passen. So. 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 jetzt müssen wir das mal her gucken, wie wir durch passen. Sieht aber ganz gut aus. So. 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 So, so, ich muss ein bisschen ein Schwart halbwegs hinkriegen. So einfach hier, gerade bei kurzen Bahnen, wo mehr am Wenden drinnen wie alles andere ist. So, 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 Es geht doch langsam voran. Gut, das sind die Kursenbahnen auf der 69. Oh, das sieht ja ganz gut aus. Gut, das ist 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 ja ganz gut aus. Jetzt haben wir noch eine Bahn geschaffen zu etwas erwenden. Gut, das ist ja ganz gut aus. 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 So, jetzt geht es schneller und besser. So, one, two, up. So, oops, so, just the whole head down the way. So, so, it's going to be a little bit shorter. So, 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 gelegt kriegen zumindest im unteren Bereich schon pum 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 soo, ah, viel vergessen Ich habe schon ein Stück geschwalt, vergessen. So, äh, die Rande. So, kann man den Arschchen schon mal wieder zum Hof fahren. So. Pum, pum, pum. Schieß nochmal hier raus. Gemüse schnell, flink, flatt, fröhlich, frei. So. So. Gleiches zu mir oben. So, aber ich komme jetzt erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso. Ciao.